Nächste Station, Dorsten. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Borken und Coesfeld. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Glattbeck-Zweckel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Glattbeck-Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Gelsenkirchen-Bur-Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Gelsenkirchen-Zoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Wanne-Eickel-Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Bochum, Haltern und Münster, Gelsenkirchen und Oberhausen sowie zur Straßenbahn in Richtung Bochum. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Herne. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Dortmund-Mengede sowie zur Stadtbahn in Richtung Bochum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Herne-Börnig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie beim Aussteigen, dass bei diesem Halt die Trittstufen nicht ausgefahren werden können. Nächste Station, Kastrop-Rauxel-Süd. Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Kastrop-Rauxel-Hauptbahnhof und Bochum-Gerthe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Kastrop-Rauxel-Merklinde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Dortmund-Böwinghausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Dortmund-Lütken-Dortmund-Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Dortmund-Martin. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Dortmund-Rahmen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Dortmund-Huckharde-Nord. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn in Richtung Dortmund-Westerfelde und Hafen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Dortmund-Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Essen und Düsseldorf, Münster und Hamm, Herdecke, Arnsberg und Soest, zur S-Bahn in Richtung Dortmund-Universität, Witten und Hagen, zur Stadtbahn, sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.